Blutsaugeralarm am Hals der Pferde, was kann man dagegen tun? Ich habe erst einmal ein Handtuch schön nass gemacht und ordentlich den Hals sauber gerubbelt. Samurai hat es ganz offensichtlich richtig genossen. Dann habe ich mir die Bremsenblockerkräuter von Effol geschnappt und ihn einmal großzügig am Hals und an der Brust eingesprüht. Jetzt wollte ich natürlich wissen, wie gut hält das Ganze? Ich habe eine halbe Stunde abgewartet und in der Zeit noch weitere Pferde rausgestellt. Und dann wollten wir einmal gemeinsam überprüfen, wie es aussieht. Sind die Fliegen wieder an die gewissen Stellen drangegangen oder nicht? Und hier ist das Resultat. Je nach Pferd schwillt das auch ziemlich an. Unsere Morgenroutine ist es jetzt einmal einsprühen, dann nach draußen und wir haben damit keine Lasten mehr. Bis zum nächsten Mal.